So, und hier kommt dann wieder der Dicke rein. Natürlich nicht so rum. Ähm, ja. Verarschen. Ah, da war noch was. Das sieht doch schon mal richtig aus. Das ist immer das, immer das, immer. Ähm. Ja, klar. Okay. 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 Eigentlich. Eigentlich ist das nicht richtig, ne? Eigentlich bräuchten wir, hm. Genau, eigentlich bräuchten wir das. Was hab ich denn hier wieder, was hab ich mir denn dabei gedacht? Warum hab ich das getan? So. Können wir hier nämlich die, machen erst mal die Seite hier fertig? Das ist ja jedes Mal. So. So geht's aber, ne? So, wenn ich jetzt den da rein setze, müsste es richtig sein. Äh, Moment. Ja, es war doch klar, dass das jetzt der Falsche ist. Ist das schon richtiger? So. So, so. Okay. Hier müsste auch noch was hin. Genau so einer. Ja, das geht doch. Haben wir hier kleine Fenster. Wir können natürlich auch hier ein großes rein machen. Ich weiß nicht, ob mir das besser gefallen würde. Auf jeden Fall müssen wir erst mal wieder aufs Dach rauf. Wir hängen jetzt schon in der dritten Folge am Dach. Das ist schon ermüdend. So. Zack, zack. Oh, geht doch. So. Und hier brauchen wir jetzt den vorm schönen Übergangsstein. Nämlich diesen hier. Dann zack, zack. Und gehen wir mal drauf. Dann haben wir hier dieses Teil. Äh, ähm. Ja, da. Nein. Aus. Aus. Das wollen wir noch nicht. Mal irgendwas dran machen, dass wir was einsetzen können. Ach, bitte so. Okay, so auch von mir aus. Okay, jetzt können wir hier nämlich den noch gerade dran machen. Machen wir hier. Okay, wir brauchen hier. So, da gehen wir eben wieder runter und machen es von unten. Aber wir können hier gerade erst mal noch die Steine dran machen. Äh, nicht dahin, bitte. Danke. So. So. Ach, mach einfach mal. Mach zu da. Ach, schon wieder daneben geklickt. Passiert hier bei den Dingern auch. Okay. Da war wieder ein Leck. Und ich gehe auf jeden Fall erstmal nach unten pennen. So. So. Das hat jetzt eine Sekunde länger gedauert, weil ich kurz noch was gedrucken habe. Sollte mir hoffentlich mit dem Husten ein bisschen helfen. Und dann machen wir mal fertig. Äh, äh. Das Gefühl, ich war gleich irgendwo runter. So, das, das, das. Ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht mit dem Dach, wie ich das hier. Mach das erstmal so fertig hier. In dem Bereich. Und dann schaue ich mir mal an, wie das so aussieht. Oh, hier fehlt was. Sehe ich gerade. So, das ist natürlich wieder der falsche. Wie könnte es auch anders sein? So. Und das, 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 das. So. Sehr schön. Die Reihe muss auf jeden Fall auch noch. So, das da. Ah, hier. Achso, hier fehlt es auch noch. Okay. So, dann schauen wir uns das mal von innen an. Und wir sollten dringend auch einen Weg, eine Treppe an irgendwas machen, dass wir hier auch. So. Dass wir hier auch rauskommen. Äh, beziehungsweise hochkommen. Weißt du? So, das könnten wir tatsächlich so machen. Dann müssen wir hier auch noch hin. Und hier noch ein hin. So. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich da oben jetzt... Ja, ist okay. So. Kann man tatsächlich so machen. So. Ist das denn schöner, wenn wir hier... Ja, das ist schöner, denke ich mal. Wenn wir hier ein großes Fenster haben. Wäre natürlich noch schöner, wenn wir hier sowas für eine Fensterbank hätten. Ich muss mir das Ganze aber mal von unten besehen. Ja, definitiv interessant. So. Ja, doch. Wenn wir jetzt noch einen schönen Rand machen, dann könnte das gar nicht so übel aussehen. Haben wir denn irgendwas, falls die Kiste... Haben wir denn irgendwas anderes für einen schönen Rand? Dazu die Pressenholz auf jeden Fall. Aha. Limestone. Nein. Nehmen wir einfach das Eglogid, was wir unten auch verwendet haben. Es wird schon gehen. Und wir brauchen etwas Spruce. Wir haben noch ein bisschen. Weil ich hoffe doch, dass ich hier Spruce drunter machen kann. Oh, da muss ich ja... Da muss ich mir ein Gerüst bauen. Oh, Mann. Wie aufwendig. Hallo Skelett. Ah, du was. Tschüss. So, dann schauen wir mal. So, machen wir das hier so. Ich hätte zwar noch gerne ein bisschen... Ah, Shift. Ich hasse Shift. Oh, das hat hier sogar geklappt jetzt. Gehen wir mal hier rum. Okay. Das ist nicht das Richtige. So, das Schöne ist natürlich jetzt, dass ich tatsächlich mal wieder zu wenig Material mitgenommen habe. Na, wie sieht das denn aus? So, was wir nämlich jetzt hier als Problem haben. Ich hätte jetzt hier kein Holz, ne? Hier drunter. Aber das Problem ist, machen wir einfach mal hier mit. Hier unten kannst du kein Material ransetzen. Das finde ich schade. Es wäre schön, wenn es wie bei den geraden Carpetus Blocks wäre, dass man dann noch... ...noch ein Material dransetzen könnte. Da würde ich nämlich für unten wirklich... ...überall Holz dransetzen. Aber, naja. Es sieht ganz brauchbar aus, so. Oh, spinne. Okay. Ähm. Ich höre dich doch. Es klingt so, als würde ich direkt auf hier drauf sitzen oder irgendwas. So, hier und da. Und einmal komplett rum damit. So. Da drinnen, das können wir wirklich aus dem Fenster heraus machen. Ja, hier. Hier. Noch überall dran. Ich dachte, ich jetzt auch irgendwie... Wäre schon schöner, wenn wir hier noch... Aber nee, das lassen wir so. Sonst würde das hier wahrscheinlich was seltsam aussehen an dieser Seite. So. Aufs Dach müssen wir, glaube ich, nicht mehr. Das heißt, wir könnten jetzt... ...das hier abmontieren. Wir können das Zeug generell mal ablegen und uns einen Stack Erde holen. Hallo, Spinne. Da bist du. Da müssen wir auch noch welche dran machen. Hm. Sieht gar nicht so übel aus. So, jetzt habe ich Katzenbesuch. Nee, ähm... Katze. Nee. Nein. Aus. Okay, ich weiß. Ist kein Hund, aber... ... manchmal glatz. Hoffentlich fängt sie nicht an, mit dem Mikrofon zu schmusen. Alles schon mal da gewesen. Los, wenn sie anfängt, das Mikrofon über den Tisch zu schieben und... Naja. Ach, nicht shiften. Ist natürlich toll, wenn man sich irgendwo festhalten will und dann mit Carpenters Blocks arbeiten muss. So, und das ist das. Gehen wir das auch mal von der anderen Seite eben machen. Und, äh... Hey, Pfoten weg! Nase weg vom Mikrofonarm, bitte. So, ich muss eben nochmal die Carpenters Blocks zurückholen, weil ich habe da einen Detail vergessen. Und im Detail vergessen, ich gucke immer in die falsche Kiste. Weil, macht Schrägen das dann so ab, wie... ...wie wir es in der Gaube gemacht haben, also da. Weil ich glaube, das sah gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, doch, das geht. So. Ähm... Erde. Obwohl, das könnten wir sogar hier lassen, das würde gar nicht schaden. So, und... Dings. So, es wäre natürlich schöner, wenn wir die Textur jetzt, äh, nicht nach oben zeigen würde, sondern zur Seite. Aber auch egal eigentlich. So, und ich wollte ja auf der anderen Seite eben nochmal das Gleiche machen und das nehmen wir natürlich mit, die Fassierung. Aber da wäre ein kleiner Husten. So. Gehen wir mal ein Stück nach oben. Und auf der anderen Seite auch. Und nicht vergessen... ...bitte nicht shiften. So, machen wir zuerst die. Das muss nur ein hoch. Und ich muss mich ein bisschen beeilen, weil es wird dunkel. Aber es wird im Let's Play ja immer dunkel. Also... ...erst mal nix Neues. So, da auch noch hin. So, dann nehmen wir die auch noch weg. Hier können wir jetzt shiften. Loslassen. Dingens dran. So, bei der Menge holte ich aber die Schaufel doch mal raus. So. Jetzt müssen wir noch auf der anderen Seite den mittleren und oberen Balken ebenfalls noch setzen und wir müssen gucken, dass wir das Ganze hier noch ein bisschen verzieren. Vielleicht mit ein paar Zäunen oder Mauerstöcken. Oder den Zombie-Kopf. Hey, das hat aber jetzt ganz schön geleckt, sonst hätte ich den erwischt. So, hier. Machen wir hier zu. Nächstes Mal müssen wir dann von oben da dran gehen. So, nehmen wir mal das weg. Nimm eine Axt. Mit der Axt geht es besser. So, und denken sie dran. So. Hey. Nicht richtig. Ey. Esshaft? Hier geht das nicht. Ah, doch. Hier ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist. Finde ich jetzt nicht so toll. Da muss ich vielleicht nochmal. Da muss ich nochmal irgendwas dran machen. Das muss ich jetzt nochmal irgendwie verzieren hier. Ach, da, da fehlt auch noch was. Okay, da mache ich mir nochmal eine Leiter und dann gehen wir mal innen mit einer Leiter hoch. Die Treppe wäre natürlich auch nicht schlecht, aber wo können wir hier mit einer Treppe hochgehen? Wenn wir hier direkt neben der Tür. Eins, zwei, drei, vier. Dann wären wir hier außen. Guck mal, was haben wir denn über uns, wenn wir hier außen sind? Ne, da haben wir nicht die richtige Höhe. Da kommen wir nicht hin. Das geht nicht. So, dann muss ich erstmal. Sechs Stück müssten genügen. Und setzen die, ich glaube mal, an diesen Balken. Und dann müsste ich mal schauen, wie wir hier hochkommen. Ob es bei dieser Leiter bleibt oder machen wir uns dafür so. So, sehr schön. Also, bleibt es bei der Leiter oder machen wir uns dafür dann... Achso, okay. Und ich sollte jetzt zu Ende reden. Also, bleibt es bei dieser Leiter oder machen wir uns hier noch eine Treppe hin? Das ist die Frage. Problem ist, dass die Treppe natürlich nicht hier rauskommen kann, weil wir hier kommen ja nicht weiter. Das ist natürlich problematisch. Und wenn wir hier hochgehen und dann da hoch, dann haben wir dasselbe Problem. Also, werden wir es wohl bei der Leiter belassen müssen. Aber es ist ja eh nur ein... Was ist das da oben eigentlich dann? Ich kann sagen, es ist eh nur ein Lagerraum. Was ist kein Lagerraum? Ich würde mal fast sagen, das ist irgendwie vielleicht der Schlafraum des Küchenpersonals. Müssen wir uns dann noch ein bisschen ausstaffieren und ausdekorieren. So, wie wir das hinterher haben wollen. Und hier unten muss ich auch noch... Es gibt noch viel zu tun an diesem Gebäude. Aber das wäre der Anspruch. Wir wollen ganz viele schöne Sachen machen. So, aber erst mal gucken wir, dass wir den Dachstuhl von innen mal ein wenig verkleiden. So, zack, zack. Ich meine, da können wir eigentlich noch... Da könnte man eigentlich noch Limestone hinmachen. Weil das ist ja noch Mauer, muss ich was sagen. Also... Lehmputz mit Stroh drin und weiß gekalkt. Und ich habe kein Spruce-Wood, kann ich eigentlich auch Treppen daran nageln? Nö. Schade. Habe ich noch Spruce-Wood hinten in der Kiste? Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Leider nein. Schade. Hilfe. Ach ja, doch. Okay, dann sind wir erstmal gerettet. Okay, das ist gut. Dann können wir Ritz zu Ende machen. Mit 24 sollte es eigentlich gehen. Und ich muss gleich noch daran denken, einen Screenshot für diese Folge zu machen. Aber erst, wenn ich da oben fertig bin. Und als nächstes müssen wir dann hier oben noch schauen, dass wir das Ganze... Von innen ein wenig ausdekorieren. So. Und das Spruce-Wood reicht natürlich immer noch nicht. Wir sollten also in einer der nächsten Parts mal wieder... Really? Echt? Die drei? Ach, Mann. Ich habe gerade so einen Gedanken. So eine Idee, wenn ich jetzt hier so mache... Dann hier... Hier so, dass... Ja, das geht doch. Das sieht doch sogar besser aus, wenn wir nämlich noch Fackeln dran machen. Sieht doch ein bisschen so realistischer aus jetzt. Weil der Berg muss ja auch irgendwo befestigt sein. Ja, das... Das könnte man so nehmen. Und hier muss noch ein Fenster hin. Hups, ich will hier nicht rein. Äh, raus. Sondern ich will rein. So. Ja, dann... Ich habe noch Knochen dabei. Ich könnte auch mal eben... Ich könnte auch mal eben so eine Spruce erzwingen. So ein Tänchen. Schönen Weihnachtsbaum. Geht doch. Und ja, wir müssen wirklich mal darüber gehen. So, wetten, dass das nicht reicht? Ah, doch. Okay, ich muss was essen. Oh, jetzt musst du ja noch ließen. Okay, äh, was haben wir denn hier? Egal, jetzt irgendwas. Oh, ich seh' grad. Balee ist fertig. Nein, du sollst das Balee nicht fressen. Du sollst das ernten. Oh, ich hab's aber auch mit dem Husten im Moment. Oh, zack, zack, zack. Alles. So, äh, ja. Habt ihr da rein? So, jetzt mach ich erstmal auf die klassische Weise Brot. Was natürlich nicht geht. Nee, das geht natürlich nicht. Danke. Toll. Was ist? Was? Versteh' ich nicht. Was ist das? Egal. So, ich hau' erstmal das hier da rein. Das hier auch. Okay, das wollen wir nicht. Aber wir brauchen nicht so viele Sticks. Und dann sammeln wir noch ein bisschen Balee ein. Und müssen. Oh, Stimme. Okay, das geht natürlich nicht mehr. Wir bringen das erstmal in die Küche. Und dann schauen wir gleich, dass wir... Und ich trink mir nochmal einen Schluck. Das bringt mich irgendwann nochmal um. So, wir haben ja jetzt wieder Spruce. Das heißt, wir können eben gehen und den Dachstuhl von innen endlich mal fertigstellen. So, da wollen wir mal schauen, dass wir von außen vielleicht auch noch welche dran kriegen, weil... Zack, zack, zack. Oh, das sieht aus wie ein Dachstuhl. So, hier müssten wir doch welche dran machen können, oder? Äh, ja. Mit Schiff natürlich. Na, hier geht's. Hier ist wunderschön. Au. Das hat jetzt aber wehgetan. Zack, 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 zack. Dran mit dem Zeug. Und das Ganze dann auf der anderen Seite auch noch. Hier müssten wir so dran kommen. Ja, tun wir. Ja, klar. Jetzt haben wir... Haben wir natürlich ein paar zu wenig, wie immer. So, wir brauchen... Jetzt haben wir natürlich wieder drei zu viel. Aber... Was soll's? Was soll's? So, jetzt ist das auch fertig. Wir können hier... Wir können Zäune dran. Hier, naja, hier vielleicht nicht so. Okay, mach, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ah, es geht. Es geht. Es ist wunderbar. Ah, es ist wunderbar. Es geht. Und jetzt ist hier auch fertig. Das heißt, wir können... Wir können... Wir können von hier aus mal einen Screenshot davon machen. Wunderbar. Wie oft habe ich jetzt wunderbar gesagt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zu oft. So, sammeln wir mal die wertvollste Ressource, die wir kennen, ein. Ja, damit kann man noch leben. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus für das erste Haus. Und wie sieht's denn von hier aus? Ich weiß nicht, sieht komisch aus da oben. Ich sollte hier am Rand vielleicht Holzschützen machen. Haben wir denn noch genug Holze? Ja, eins. Eins. Dafür brauchen wir noch zwei. Weiß doch jeder. Machen wir mal Holzschützen hin. Dann sieht's nicht mehr so eintönig aus da oben. Und diese Musik geht mir jetzt auch derbe auf den Sack. Okay, das macht's jetzt auch nicht viel besser. Hüllengorch von links. So, die Kanten, das heißt natürlich, dass wir wieder alles hier wegmachen müssen. So, noch einmal Soapstone. Der reicht natürlich jetzt nicht. Aber wie klar, dass uns jetzt einer fehlt. Dann packen wir jetzt eben einen einzigen. Geht's doch nicht. Dieser Husten. So, ein einziger Soapstone. Wenn wir schon mal dabei sind. Hau in den Scheiß. So, jetzt. Meine. Hallo. Wie gehen wir das denn ab? Keine Ahnung. Ich sollte erstmal nachlesen. Achso, ich sollte jetzt gleich eine Spitzacke nehmen und das abmachen. Gerade für den Moment. Toll, ne? Oh, da kommen wir auch nicht dran. Mann! Das Spiel hasst mich. Aber ich sollte jetzt zumindest mal lesen, wie man den Hammer richtig benutzt. So, jetzt brauchen wir noch Glas. So. Haben wir denn noch Glas? Oh, wie sieht das denn jetzt aus? Hm, doch besser. Oh, darf ich da rein? So, Glas haben wir nicht. Okay. Hm, da muss ich mal überlegen. Ah, ich bekomme da gerade eine andere Idee. Da gibt es doch diese Garage Doors. So, gehen die. Okay, da brauchen wir noch ein paar von den Blocks. Weil die haben doch auch die... Von der Textur her könnte man die doch auch als... Fenster nutzen. Ich weiß zwar, dass sie dafür nicht gedacht wird, aber da hätte man doch... Da hätte doch Fenster, die man aufmachen könnte. Oh, doch, wir haben Glas. Muss man eben gucken. Wir machen diese Fusten. Oh... Ja.